Mo, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht, wir brauchen... Ich hab was Schönes für dich, du schleimiger Käfer! Wow! Juko? Faddles Limonade? Ich hab euch gesagt, sie ist gut! Was ist das? Kosten sie! Es ist süß! Dex, gib niemals auf! Aber er wird sich zurückziehen! Hey, möchte jemand eine Erfrischung? Ja! Kolonis! Bedient euch selbst, meine Freunde! Alle für einen... ...und einer für alle! Sie haben uns nicht gewarnt, das war Ihre Schuld! Also kommen Sie hier rein und waschen Sie den Schleim von meinen Brüdern ab! Was, ich? Niemals! Und wieso nicht? Na, weil ich Wasser hasse! Machen Sie es ja nicht! Ja! Brillant! Ein Leuchten der Hoffnung, du findest in der Truhe! Das ist, was mein Vater versucht hat, mir zu sagen, bevor das Gift ihn in diesen tiefen Schlaf versetzt hat! Öffne sie, König Mo! Sie gehört dir! Wow! Der helle Wahnsinn! Was ist das? Ich hab wirklich keine Ahnung! Solche einen Kristall hab ich noch nie vorher gesehen! Wenn wir nur herausfinden könnten, welche Mächte darin wohnen! Seht doch! Ein Leuchten der Hoffnung! Du denkst, der Kristall ist die Waffe, die wir brauchen, um Drakens Pflanze zu vernichten? Naja, ihr könntet den Pan-König fragen! Er hat auch eins von diesen Dingen! Hab ich mal gesehen! Der Kristall könnte auch der Schlüssel sein, um sie aufzuwecken! Geht und sucht den Pan-König! Findet heraus, was er weiß! Gut, dann fliegen wir also mit dem ersten Sonnenstrahl morgen früh los! Leute, ich muss gehen! Hoffentlich bin ich morgen früh wieder da! Keine Angst, wir werden nirgendwo ohne dich hingehen! Komm bald zurück und pass auf dich auf, Mia! Befehl des Königs! Ich höre und gehorche! Ich bin Mia!